So, so, da sind wir nun also in der Chordlet-Liga und wir sind tatsächlich Level 69 und im Akt 10 gelandet und bei Kitava. Kitava, das ist unser nächstes und allerletztes Quest. Ich habe mir jetzt einen Guide angeschaut, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich werde einfach jämmerlich sterben. Ja, Resistenzen, Overcapped hier deutlich, bei manchen Chaos bin ich jetzt nicht in der Lage, da noch großartig was zu machen, da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Ich glaube, es passt schon. Ja, wir spielen einen Gladiator mit Bladestorm, Rage Support, Impair, Fortify und Brutality und haben hier noch als Single Target Double Strike. Das reicht völlig, Double Strike, Melee Physical, Damage und Impair. Die drei Gems, die machen schon richtig gut Single Target Damage. Und ja, unsere Flaschen haben natürlich alle möglichen Resistenzen. Ich spiele auch hier noch eine Amethäisten-Flasche, dass ich noch Chaos-Resistenz bekomme. Und ja, hier Bleeding, Chill, Shock und Curses. Und ja, Blood Rage ist jetzt hier noch in dem Unset Ring, weil wir wollen ja theoretisch irgendwann Let's Rage spielen. Und das wäre dann unser Sechs Link, das wäre dann die Body Armor und dann könnte man halt Double Strike entfernen. Und dann kann man da Blood Rage reintun, das heißt, man braucht nicht unbedingt den Unset Ring. Aber jetzt schon noch, weil wir einmal hier den Clear Speed haben mit Bladestorm und für Fortify natürlich und Double Strike als Single Target Damage. So, Level 69 sollte ja eigentlich passen für Kitava. Wir spielen natürlich ein paar Auren, das ist klar. Ja, wir haben uns Guides angeschaut. Ich habe mir Guides angeschaut, weil ich, ja, ich habe den natürlich schon besiegt, ist klar. Aber das ist natürlich jetzt Hardcore Sonocera Found und Jauntlet Liga mit allen möglichen crazy Mods hier. Insofern, ja, wir probieren es jetzt einfach mal aus und wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Mal gucken, wie lange es dauert. Ich bin gespannt. Und jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Das war natürlich... Ähm... Genau, das ist der Skill, jetzt muss ich erst mal auf die Skills klarkommen. Das ist der Swipe. Das ist nicht so schlimm. Climbreath. In falsche Richtung. So. Das erste Herz. Die erste Herzphase. Jetzt muss man auf jeden Fall auf diesen... Ich muss hier auf die... Das geht, klarkommen. Das ist der Ball. Swipe. Swipe. Okay. Schön. Das ist die Herzphase. Okay, in der Mitte. Das ist schlecht für mich. Ich brauche Fortify und ich brauche Flaschen. Ich brauche schon zu. Und jetzt... Ich brauche es immer. Okay. Ich brauche es. Ja. Ich brauche es. Aber das ist schon eine Star-Sech-F vezvinz. Dann schürizeich dich schon so. Ich brauche mich bei dir. Und jetzt... plais. Langsimal-Groß. Das war der Ultimate Breath. Nein, hier stehe ich schlecht. Nein. Jawoll. Ein paar Adds. Ein bisschen Upgrade. So wie immer. Ja! Ja! Yes! Die Tava, 10 Daumen. Bam, bam, bam! Boing! Und keine Achievement. Oh, geil. Föne. Sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr, sehr. Ja! Ja! Ja!